Herzlich willkommen zurück! Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass wenn eine Funktion f gegeben ist mit f von x ist x², dass dann gilt f' von x ist 2 mal x und wenn eine Funktion f gegeben ist mit f von x ist x hoch 3, dass dann gilt f' von x ist 3 mal x². Die Ziele für dieses Video sind, dass du ein Muster für die Ableitungen von Potenzfunktionen entdeckst und die Ableitungsfunktion der Funktion f mit f von x ist x hoch 42 ermitteln kannst. Beim Differenzieren von Potenzfunktionen der Form f von x ist x hoch n mit n aus den natürlichen Zahlen gibt es ein Muster. Dabei sind die rechts markierten Zahlen im paskalischen Dreieck wesentlich. Schau dir nun die Berechnungen der beiden Fälle x² und x hoch 3 nochmal genau an und stelle dann eine Funktionsgleichung von g' auf, wenn gilt g von x ist x hoch 42. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere inzwischen dieses Video und danach sprechen wir noch ein bisschen darüber. Naja, zwei Fälle haben wir schon präzise untersucht und die können wir jetzt noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen und dabei darauf achten, an welchen Stellen denn die entscheidenden Schritte passieren. Und es zahlt sich aus, in beiden Fällen eigentlich noch einmal bis fast ganz zurück an den Anfang zu gehen. Und zwar kommen wir in beiden Fällen in so eine Situation. Wir müssen so einen Ausdruck geschickt ausmultiplizieren und dafür bietet sich eine passende binomische Formel an. Und die Koeffizienten dieser passenden binomischen Formel, die stehen hier im paskalischen Dreieck. Also für diesen Fall brauchen wir dann diese Zeile hier und für diesen Fall brauchen wir dann diese Zeile hier. Also für x hoch 4 werden wir dann wohl diese Zeile hier brauchen. Und dann fällt uns noch was auf und zwar in weiterer Folge fallen uns ja jeweils eigentlich alle Ausdrücke weg bis auf einen und zwar genau den mit dem Koeffizienten, der hier blau markiert ist. Also in dem Fall bleibt uns ja übrig 2 mal x0 und in dem Fall bleibt uns ja übrig 3 mal x0 zum Quadrat. Warum das ausgerechnet hier x0 und hier x0 zum Quadrat ist, ergibt sich ebenfalls aus der binomischen Formel. Das heißt aber auch, in diesem Fall wird uns wohl ganz am Ende auch nur übrig bleiben 4 mal x0 hoch 3. Also kommen wir nun auch hier zu einer Regel und zwar wenn f gegeben ist mit f von x ist x hoch 4, dann gilt f' von x ist 4 mal x hoch 3. Wenn wir nun hier auch noch einen 1er einfügen, der Vollständigkeit halber, dann haben wir ein wirklich sehr schönes Muster, das wir verallgemeinern können. Und zwar erhalten wir für f mit f von x ist x hoch n dann die Ableitungsfunktion f' die gegeben ist durch f' von x ist n mal x hoch n minus 1. Also wenn wir hier jetzt noch eine Funktionsvorschrift für die Ableitungsfunktion von g mit g von x ist x hoch 42 hinschreiben wollen, erhalten wir g' von x ist 42 mal x hoch 41.